Ich bin vor gut einem Dreivierteljahr zu Quest Alpha dazugestoßen, nach meiner Elternzeit. Ich arbeite hier als Assistentin des Geschäftsführers. Mit zwei kleinen Kindern ist der Alltag ja nicht immer so gut planbar, aber Quest Alpha macht es mir da sehr einfach. Ich kann meine Arbeitszeiten ziemlich flexibel gestalten, ich kann von zu Hause aus arbeiten, wenn es erforderlich ist. Ich bin aber auch sehr, sehr gerne hier im Büro bei diesem super Team. Ich bin seit sieben Jahren schon im Unternehmen und von Anfang an bei Quest Alpha mit dabei und jetzt bin ich im Projektmanagement und Controlling. Ich bin jetzt in Teilzeit-Elternzeit und darf schon aus dem Homeoffice jetzt wieder arbeiten und freue mich total jetzt schon wieder dabei zu sein. Aktuell arbeite ich in Teilzeit, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, in ein paar Jahren meine Stunden zu erhöhen und vielleicht auch wieder Vollzeit einzusteigen. Aktuell arbeite ich in Teilzeit, ich kann mir beide auch schon wieder ohne Aber ich sage, dass die Überallschätten haben, wenn es nicht wichtig ist, ist. Ich würde mich nicht plugieren, wenn es nicht erwähnt ist. wenn es nicht mehr so geht an, es ist ein bisschen lieb. Aber ich bin die Teilzeit, ich bin daère Körperski,